Hallo, hier ist wieder der Jörg von YouTube-Kanal Jockler66. Ich hatte heute die Aufgabe mir gesetzt, nochmal eine Lesung zu machen von Herrscher des Bösen, von dem Buch von Tapa Sorsi, Rulers of Evil in Deutsch, einen zweiten Teil, nachdem ich im ersten Teil die ersten drei Kapitel vorgelesen habe. Wollte ich heute dann nochmal ein bisschen weiter mit reingehen. Und es ist so, dass die Zusammenfassung der ersten zehn Kapitel im Grunde nicht so intensiv ist, wie die der späteren. Also ab zwölf oder so sind die Zusammenfassungen ein bisschen tiefgehender. Nicht, dass es unwichtig ist, aber es ist einfach nur, um euch zu zeigen, auch dass es wichtig ist, das Buch selber zu lesen. Und ich habe halt nur ein paar Auszüge dabei und habe heute vorbereitet im Kapitel 4, wo wir weiter lernen werden. Das heißt Medici Learning oder auf Deutsch besser gesagt die Lernmethode der Medici. Da geht es um die Medici-Familie, die ihr gerne mal googeln könnt, die eine alte päpstliche Blutlinie ist, wie man das auch immer so schön sagt. Also die haben wohl mehrere Päpste gestellt, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt. Und sind halt eine alte, eingesessene, italienische, reiche Familie, die unter anderem eine Bibliothek haben, in der viele von den Papieren gespeichert sind oder gelagert werden, die aus Alexandrien kommen, die sogar der Mark Antony damals schon nach Rom und nach Italien verbracht hat, in diese Staaten in der Zeit. Und das Medici Learning ist in einer bestimmten Hinsicht ganz wichtig. Es schließt ab mit einem Zitat von Martin Luther. Das kommt aus seiner Arbeit von der babylonischen Gefangenschaft in der Kirche. Übrigens auch eine Arbeit, die ich in Englisch schon mal teilweise gelesen habe, die ich auch in Deutsch mal lesen werde. Aber heute gehen wir erstmal weiter im Kapitel 4 von Herrscher des Bösen, Rulers of Evil, die Lernmethode der Medici. Die paar Notizen, die ich mir da rausgenommen habe, werde ich dann noch unterstreichen und ein bisschen anfüllen mit ein paar anderen Dingen. Der Autor schreibt jedenfalls in Kapitel 4, zum Teil am Anfang, genauso schnell, wie unsere Generation gelernt hat, mit Computern umzugehen. Erinnert euch mal daran, wir schreiben jetzt das Jahr 2016. Vor 30 Jahren, das war also so Mitte der 80er Jahre, da war es noch keine Selbstverständlichkeit, dass jeder einen Computer hatte. Und das Internet kam sogar erst im Laufe der 90er Jahre. Und selbst das ist noch nicht mal richtig weit verbreitet 20 Jahre her. Und wer kann sich heute noch vorstellen, ohne Internet zu leben? Und wer hat in den letzten Jahren nicht unglaublich viel gelernt, mit dem Internet umzugehen? Ich meine, es ist natürlich immer eine Frage, wie man das macht. Man kann es zum Guten nutzen und man kann es zum Schlechten nutzen. Aber genau darum, ob man solche Dinge, die man lernt, wie mit dem Computer umzugehen oder auch Bücher zu lesen, das kann man immer zum Guten und zum Schlechten nutzen. Und da geht es im Grunde in diesem Kapitel in der Lernmethode der Medici drüber. Also Tapasorsi schreibt, genauso schnell, wie unsere Generation gelernt hat, mit Computern umzugehen, lernte die Generation zu Zeiten Gutenbergs, Bücher zu lesen. Sorgfältige Leser fanden schockierende Unterschiede zwischen der päpstlichen Interpretation von Gottes Wort und dem Wort Gottes selbst. Und wo lagen diese Unterschiede darin? Die Unterschiede lagen hauptsächlich darin, dass damals die Leute, wenn sie in die Kirche gingen und ihrem Priester zugehört hatten, wenn er die Messe gehalten hat, man muss ja wissen, damals gab es nur eine offizielle Kirche in der ganzen Zeit des dunklen Mittelalters, dann wurde die Messe in Latein gehalten. Das hat schon damals der normale Mensch, zwischen Anführungsstrichen normale Mensch, nicht verstanden. Latein konnten die nicht. Die haben halt geglaubt, dass alles, was der Priester ihnen dann erzählt, was er dann in ihrer eigenen Sprache davon erzählt hat, dass das eben auch alles richtig ist. Aber die Bibel der römisch-katholischen Kirche war von Anfang an verfälscht. Wenn man sich da die Geschichte angeht, da geht es vor allen Dingen um die originalen Texte. Wie heißt jetzt der Name da wieder von... Im Englischen heißt das The Latin Vulgate, also das lateinische Vulgata, wie auch immer man das übersetzen will. Vulgate, das kommt von vulgär, das kennt ihr ja. Das heißt im Grunde das normal gesprochene Wort. Da gab es das Originale von ungefähr 150 nach Christus, das auch viele der damaligen erhaltenden Kirchen, wie die Valdenser und der solche Völker behalten haben und als ihre Basis genommen haben. Und dann gab es ein paar Jahre später, 157 kam das glaube ich raus, nach Christus die erste verfälschte Version davon im Lateinischen. Jedenfalls wurde alles nur in Latein gelernt. Von der Kanzel wurde in Latein runter gelernt und die Leute mussten eben das glauben, was der Priester ihnen erzählte. Das haben sie auch geglaubt, weil der Priester ist ja eine Vertrauensperson. Die Leute gingen in die Kirche, um sich das Wort Gottes anzuhören, in dem Glauben, dass ihnen auch tatsächlich das Wort Gottes erzählt wurde. Nur, die römisch-katholische Kirche hat noch niemals das wahre Wort Gottes erzählt, sondern immer ihre eigenen Traditionen. Die römisch-katholische Kirche hat auch immer und tut sie bis heute. Das Bibellesen verflucht. Wenn man damals im dunklen Mittelalter im Besitz einer Bibel gefunden wurde, dann wurde nicht nur die Bibel verbrannt, sondern man selber auch. Das war die Zeit der Inquisition. Diese Zeit, hauptsächlich zwischen 1203 und 1805, ungefähr 600 Jahre, päpstliche Inquisition, wo das Bibellesen wirklich verboten war. Und nun hatten sie durch den Buchdruck die Möglichkeit, die Bibeln wurden auf einmal verbreitet, aus welcher Quelle auch immer, aber die Leute konnten selbst das Wort Gottes lesen. Und sicher zu der Zeit später, als der Martin Luther sie in ihre eigene Sprache übersetzt hat, Aber auf einmal wurden die Bibeln unter das Volk verteilt. Und der eine hat dem anderen das hier und da gelehrt und auf einmal haben die Leute gemerkt, was die uns da von der Kanzel erzählen, wo die römisch-katholische Kirche für steht, das ist ja gar nicht das, was Gott selbst gesagt hat. So ist zum Beispiel im nächsten Absatz hier von Rue of Evil, also Herrscher des Bösen zu lesen, Zitat, Von den sieben kirchlichen Sakramenten waren nur zwei, die Taufe und das letzte Abendmahl in der Bibel niedergeschrieben. Die anderen fünf, Konfirmation, Absolution, Ordination, Heirat und letzte Ölung waren alles Erfindungen von postbiblischen Konzilen und Dekreten. Zitat Ende. Jetzt werdet ihr sagen, Heirat? Heirat ist doch biblisch. Ja, die Heirat, die Hochzeit zwischen Mann und Frau ist biblisch, aber diese Zeremonie, die dabei abgehalten wird, dass der Priester da vor euch steht und im Namen von Gott vermehlt, wie das heute gemacht wird, und dass man sich Ringe aufsteckt, das übrigens auch zurückgeht auf eine babylonische Tradition, diese Ringe auszutauschen, ist unbiblisch. Eine Heirat in der Bibel heißt, ein Mann und eine Frau versprechen einander, regeln das mit ihrer Familie und in dem Moment, wenn sie das erste Mal sexuellen Verkehr miteinander haben, wird die Ehe vollzogen. Das ist Heirat im biblischen Sinne. Hat nichts damit zu tun, wie es heute in unserer Welt gemacht wird. Und das gleiche gilt über Konfirmation, Absolution, Ordination und eben auch diese sogenannte letzte Ölung. Das steht nicht in der Bibel drin. Und ist von daher basiert auf dem, was die römisch-katholische Kirche am höchsten hält. Das ist nämlich ihre eigene Tradition. Und die Tradition der römisch-katholischen Kirche kommt daher, wo sie selbst herkommt. Aus Babylon. Wir lesen weiter, dass Dobinje in seinem Werk History of the Reformation, also Geschichte der Reformation, kann ich jedem nur anraten, sich das durchzulesen. Das ist ein wirklich monumentales Werk in verschiedenen dicken Bänden. Wie Dobinje uns also in diesem Werk die Geschichte der Reformation, da teilt er uns mit, dass, Zitat, ignorante Priester bei dem Gedanken erschauderten, dass jeder Bürger, ja sogar jeder Bauer, nun in der Lage sein würde, mit ihnen über die Gebote Gottes zu streiten. Es gibt da auch eine interessante Aussage von einem der Reformatoren, ich meine, es war Tyndale, wenn ich mich da jetzt nicht allzu sehr irre, der sagt, ich kämpfe dafür, ich stehe dafür, dass jeder Bauer auf dem Feld mit jedem Priester eine Diskussion über die Bibel angehen kann. Auf Basis der Bibel, auf Basis Wort Gottes und die Lehren, die falschen Lehren der römisch-katholischen Kirche auf Basis der wahren Bibel, des wahren Wortes Gottes widerlegen kann. Nun, der Autor fährt fort hier, Machiavelli und Cardinal Walsley, also das waren zwei Engländer, natürlich, waren der Auffassung, dass sowohl der moderne Buchdruck als auch der Protestantismus zum Vorteil Roms gewendet werden könnten, wenn diese zur Produktion von Literatur genutzt werden, die auf die Verwirrung, Herabsetzung und letztendlich die annähernde Bedeutungslosigkeit der Bibel abzielte. Cardinal Walsley, der später das Christchurch College in Oxford gründete, beschrieb das Projekt mit den Worten To put learning against learning mit anderen Worten Ich stelle das Lernen gegen das Lernen. Ja, wenn man das verstehen will, da sagt man erst mal von Lernen gegen das Lernen, was meint er denn damit? Nun, da müssen wir erst mal zurückgehen, dass die römisch-katholische Kirche hier der Meinung ist, dass wenn die Leute jetzt schon lesen können, was wir nicht aufhalten können, weil der Buchdruck ist auf einmal da, dann müssen wir uns das zunutze machen, dass sie das lesen, was wir ihnen vorgeben. Ja, und wir werden es vorgeben, dass wir sie verwirren können, dass wir sie herabsetzen können, die Bibel, und dass wir die Bibel in eine Bedeutungslosigkeit versetzen, dass die Leute diese Bibel eben das Wort Gottes nicht mehr suchen. Jetzt könnte ich da stundenlang drüber lamentieren, wie sie das in der Zukunft gemacht haben, aber der Hauptgrund oder die Hauptursachen, wie sie das gemacht haben, ist, dass sie die Bibel verfälscht haben. Und wenn man mal schaut, wenn man heute in einen Buchladen geht, ganz sicher einen Bibelbuchladen, wenn es sowas überhaupt in Deutschland gibt, in Amerika gibt es solche Läden, aber wenn man da hingeht und man guckt mal, wie viele verschiedene Bibeln es da gibt, dann sollte man sich als gläubiger Christ doch mal die Frage stellen, wenn Gott einmal ein Wort spricht und sagt, die Erde und der Himmel wird vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, wie viele Worte hat er denn dann gesprochen, die er als wahr ansieht? Er kann doch nur ein wahres Wort gemeint haben. Es kann doch nicht sein, dass ich 250, 300, 400 verschiedene Bibeln habe und in jeder steht hier und da was anderes drin. Hier ist der Satz einmal so ausgesprochen, da ist der Satz einmal so ausgesprochen, hier fehlt ein Vers, da fehlt ein ganzes Kapitel. Das muss doch jedem dann einleuchten, dass da irgendetwas nicht stimmt. So, das Einzige, was den Leuten nach Absicht der römisch-katholischen Kirche da auffällt, ist, dass da eine Verwirrung gestiftet wird. Und was machen die meisten Leute, wenn sie von einer Sache verwirrt sind, wenn sie sie nicht verstehen? Sie wenden sich davon ab und damit verliert die Bibel und das Wort Gottes an Bedeutung. Eben, wie hier bereits beschrieben, die letztendlich die annähernde Bedeutungslosigkeit der Bibel. Darauf wurde abgezielt. Machiavelli und Walsley waren der Auffassung, dass man den Buchdruck und den Protestantismus zum Vorteil Roms wenden kann, wenn man diese Dinge tut. Und genau das haben sie getan. Wenn ihr ein bisschen Bibelgeschichte lernen wollt, dann kann ich euch im Englischen anraten, das Buch von Samuel C. Gibb zu lesen, An Understandable History of the Bible. Das lese ich im Augenblick in Stücken in meinen Shows on Hour of the Truth in Englisch. Und ihr solltet euch sicher die Videos angucken von Gail Ripplinger, New Age Bible Versions und die Videos von Walter Veith, Battle of the Bibles and Changing the Word. Da kriegt man ein sehr gutes Verständnis davon, wie die das genau angefangen haben und wie sie damit begonnen haben, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestehende, aber später 1611 autorisierte Bibel von King James in den Dreck zu ziehen. Und immer wieder hört man Leute gegen diese Bibel wettern. Ich kann euch sagen, je mehr dagegen gewettert wird, desto mehr bin ich sicher, dass ich die richtige Bibel lese. Nun, was heißt denn jetzt das Lernen gegen das Lernen setzen? Gegen das Bibelstudium, das jedem Menschen den Weg zum ewigen Leben durch den simplen Glauben an den Tod von Jesus Christus und seine Auferstehung aufzeigt, sollte das Lernen gnostischer Texte eingesetzt werden. Nun, was bedeuten gnostische Texte? Nun, um das zu verstehen, kann ich euch anraten, dass ihr das einfach mal googelt und wenn man dann zum Beispiel den Gnosis sich nachschaut, was Wikipedia darüber schreibt, möchte ich mal kurz einen Auszug von nehmen, möchte ich euch mal eben kurz vorlesen. Die unspezifische Selbstbezeichnung als Wissende oder Erkennende wurde im Gefolge antignostischer Polemik christlicher Theologen ausgedehnt auf jene geistig nahestehende Lehre, welche Glaubensinhalte mit spekulativ philosophischen Elementen versahen. Glaubensinhalte mit philosophischen Elementen versehen. Das ist die Lehre, was wir aus dem alten Griechenland kennen. Aristoteles, Sokrates und Plato. Die römisch-katholische Kirche baut ihre Lehren hauptsächlich auf, auf Basis des griechischen Gnosticismus. Das, was die Griechen gelehrt haben. Psychologie und Physiologie wollte ich jetzt gerade sagen. Philosophie. Psychologie und Philosophie. Einer ihrer größten Lehrer, der in der römisch-katholischen Kirche angebetet wird als Heiliger, ist inzwischen Thomas Aquinas. Der lebte zwischen 1225 und 1274 und hat das monumentale Werk geschrieben Summa Theologica. Könnt ihr mal googeln und euch anschauen. Er gilt als der Doktor der römisch-katholischen Kirche. Die römisch-katholische Kirche macht genau das, was die Bibel sagt, was wir nicht tun sollen. Nämlich, im Englischen heißt es mixing the holy with the profane. Also, das Heilige mit dem Unrein miteinander vermengen. Das ist die Politik der römisch-katholischen Kirche. Immer gewesen. Und das wollen sie mit dem Learning oder das Lernen gegen das Lernen erreichen. Das Bibelstudium zeigt jedem Menschen den einfachen Weg zum ewigen Leben durch den simplen Glauben an den Tod von Jesus Christus und seine Auferstehung. Wenn ich daran glaube, dass Jesus Christus für mich und meine Sünden am Kreuz gestorben ist, wieder aufgestanden ist und mich durch sein Blut von meinen Sünden reinwäscht, dieser Glaube, diese Gnade, die von Gott auskommt, die empfange ich als ein Geschenk. Da muss ich nicht für arbeiten, da muss ich nicht die Werke für tun, wie die römisch-katholische Kirche das lehrt. Ich muss es einfach nur glauben. Und in diesem Glauben werde ich dann für das ewige Leben mehr oder weniger belohnt. Und dieses Bibelstudium, dass mich das lehrt, also es ist nicht jetzt, weil ich euch das hier in zwei Sätzen sage, dass ihr auf einmal errettet seid und ewiges Leben habt. So einfach geht das nicht. Man sollte schon ein bisschen dahinter gehen, an den Glauben sich auch stärken durch Bibelstudium und das alles verstehen. Aber dieses einfache Geschenk, was Gott uns gibt, wird durch das Einsetzen gnostischer Texte erschwert. Und Leute fallen von diesem Glauben ab und glauben lieber dem, was Menschen als Statt, was die Bibel in einfachen Worten lehrt. Der Gnostizismus befeuerte den Glauben daran, fährt Tapasorci fort, dass der Mensch das ewige Leben durch gute Taten erreichen könne. Kurz gesagt, das Bibelstudium war auf Jesus Christus zentriert. Gnostische Lehren hingegen waren auf den Menschen zentriert. Eine Erklärung des Begriffs Gnostiker, wie ich gerade eben schon mal kurz auszugsweise vorgelebt habe, könnt ihr finden unter Wikipedia Org Wikignosis den Link werde ich in das Video mit einarbeiten. Der Autor fährt fort. Martin Luther, der sich dessen bewusst war, dass Lernen gegen das Lernen die Zukunft des Christentums war, wandte sich 1520 mit mehreren Veröffentlichungen an die herrschenden Klassen. Das ist unter anderem sein Brief an die deutsche Nobilität, die er geschrieben hat. Das kommt als Auszug vor von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Unter anderem schrieb er nahezu prophetisch Zitat und hört bitte gut zu Obwohl unsere Kinder inmitten einer christlichen Welt leben, werden sie kraftlos und versinken im Elend, weil es ihnen am Evangelium mangelt, das wir ihnen beibringen sollten und worin wir sie unterweisen müssten. Ich kann niemandem raten, sein Kind dorthin zu senden, wo das Wort Gottes nicht von absolut höchster Bedeutung ist. Schulen werden zu weit offenen Toren der Hölle werden, wenn wir die heiligen Schriften nicht gewissenhaft in die Herzen der Jugend einprägen. Jede Institution, die sich nicht zunehmend mit dem Wort Gottes beschäftigt, wird mit der Zeit zwangsläufig korrupt werden. Zitat Ende Nun, ich gehe natürlich hier mal wieder zurück auf die Vereinigten Staaten von Amerika, weil Tapasorci als 169 wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika das Morgen Gebet in Schulen verboten. Da habe ich auch mal eine längere Sendung drüber gemacht im Englischen. Findet ihr meine Abspielliste Nothing but the Truth. Da geht es über die 10 satanischen Gebote, die aus der UN kommen und der Zusammenhang davon von Alice Bailey und Helena Blavatsky von der Theosophical Society, wie das im Englischen heißt. Das Gebet wird aus der Schule rausgenommen. Das heißt, aus der Schule, wo ich die Kinder alle zusammen habe, nehme ich erst vor allem das Wort Gottes raus. Was sagt Luther? Schulen werden zu weit offenen Tören der Hölle werden, wenn wir die heiligen Schriften nicht gewissenhaft in die Herzen der Jugend einprägen. Da guckt euch die Schulen doch heute mal weltweit an. Ist das so weit weg von dass es weit offene Töre der Hölle sind? Ich denke nicht. Nun, dieses Zitat konnte ich leider nicht im Internet finden, wenn ich jetzt also von der babylonischen Gefangenschaft und sowas mir durchgelesen habe. Das will aber nichts sagen. Es will ja nicht sagen, dass Luther das nicht geschrieben hat. Es will nur sagen, dass ich es heute nicht mehr finden kann. Vielleicht gibt es originale Schriften, in denen das wohl noch drin steht. Im Internet konnte ich es nicht finden. Aber trotzdem kann ich genau das, was Luther 1520 gesagt hat, heute, 2016, ohne Zweifel wiederholen. Aus dem einfachen Grunde, weil es wahr ist. Nun habe ich noch daneben eine Kleinigkeit vorbereitet, außer dieser Sache, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, aus dem Kapitel 4, das Medici Learning. Und das behandelt ein Kapitel, das nennt sich Inter Mirifica. Das ist von der offiziellen vatikanischen Webseite aus dem Archiv herausgenommen. Und das, was mich da am meisten daran interessiert, ist ein ganz bestimmter Satz. Es gibt einen ganz bestimmten Satz in diesem ganzen Pamphlet, der so wichtig ist, dass er unbedingt verstanden werden muss. Was ist dieser Satz jetzt genau? Dazu werde ich kurz das Vorwort und den Anfang des ersten Kapitels lesen. Und das kommt, das könnt ihr selber raussuchen, ich werde den Link auch mit in das Video einarbeiten, das kommt von einer offiziellen vatikanischen Webseite. Das ist der Vatikan selber, der hier spricht. Zitat Unter den erstaunlichen Erfindungen der Technik, welche die menschliche Geisteskraft gerade in unserer Zeit mit Gottes Hilfe aus der richtet sich die besondere Aufmerksamkeit der Kirche auf jene, die sich unmittelbar an den Menschen selbst wenden und neue Mittel erschlossen haben, um Nachrichten jeder Art Gedanken und Weisungen leicht mitzuteilen. Unter ihnen treten vor allem jene Mittel hervor, die in ihrer Eigenart nicht nur den einzelnen Menschen, sondern die Masse und die ganze menschliche Gesellschaft erreichen und beeinflussen können. Die Presse, der Film, der Rundfunk, das Fernsehen und andere gleicher Art. Man nennt sie darum zu Recht soziale Kommunikationsmittel. Jetzt muss ich mal eben einen Kommentar hier einbringen. Inter gab es noch kein Internet. Damals gab es noch kein Facebook. Damals gab es noch kein Twitter. Damals gab es diese ganzen sozialen Netzwerke noch nicht, die es heute gibt. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist ja der, was ich gerade vorgelesen habe, dass das eben alles Mittel sind, die die Gesellschaft beeinflussen können. Und jetzt hört mal zu, es geht weiter, der wichtige Satz kommt erst noch. Der Kirche ist sehr wohl bekannt, dass die sozialen Kommunikationsmittel bei rechtem Gebrauch den Menschen wirksame Hilfe bieten, denn sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Erholung und Bildung des Geistes. Sie dienen ebenso auch der Ausbreitung und Festigung des Gottesreiches. Wir müssen natürlich wissen, über welches Gottesreich hier die römisch-katholische Kirche spricht. Also seid euch bewusst von der Kasuistik, die hier in diesem Schreiben natürlich gebraucht wird. Die Kirche weiß ebenfalls, fährt der Artikel fort, dass die Menschen diese technischen Erfindungen gegen Gottes Schöpfungsplan und zu ihrem eigenen Schaden missbrauchen können. Die Sorge einer Mutter. Wer ist die Mutter? Die Mutter Kirche? Die römisch-katholische. Erfüllt sie wegen des Unheils, das durch deren Missbrauch häufig der menschlichen Gesellschaft erwachsen ist. Das Konzil hält es darum für seine Pflicht, die wache Sorge der Päpste und Bischöfe in dieser wichtigen Sache aufzunehmen und die vordringlichen Fragen zu behandeln, die mit den sozialen Kommunikationsmitteln zusammenhängen. Es hofft zudem, dass seine hier vorgelegte Lehre und Weisung nicht allein dem Heil der Gläubigen, sondern auch dem Fortschritt der ganzen menschlichen Gesellschaft dienen werde. Jetzt geht's weiter im ersten Kapitel. Die katholische Kirche ist von Christus, dem Herrn, gegründet. Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt eine große Diskussion bestarten muss, dass das eben nicht der Fall ist. Wer das noch nicht begriffen hat, der ist glaube ich falsch, sich dieses Video anzuschauen. Die römisch-katholische Kirche ist nicht von Christus, dem Herrn, gegründet. Aber natürlich behaupten sie das gerne. Da kann ich ja mal in einem anderen Video tiefer drauf eingehen, wenn ihr das gerne wollt. Die wirkliche Geschichte. Aber ja, darum lese ich ja zum Beispiel auch von Babylon nach Rom, von Hislop. Also, die katholische Kirche ist von Christus, dem Herrn, gegründet, sagt der Vatikan, um allen Menschen das Heil zu bringen und darum der Verkündigung des Evangeliums unbedingt verpflichtet. Ja, ihres Evangeliums, nicht dessen von Jesus Christus. Deshalb hält sie es für ihre Pflicht, die Heilsbotschaft auch mit Hilfe der sozialen Kommunikationsmittel zu verkündigen und Grundsätze über deren richtige Anwendung aufzustellen. Jetzt kommt der wichtige Satz. Die Kirche hat also ein ursprüngliches Recht. Im Englischen heißt es The Church has the Birth Right. Die Kirche hat das Geburtsrecht darauf, jedes dieser sozialen Kommunikationsmittel zu benutzen und zu besitzen, soweit es für die christliche Erziehung und ihr Wirken am Heile der Seele notwendig und nützlich ist. Habt ihr das gut verstanden? Die Kirche hat ein ursprüngliches Geburtsrecht darauf, jedes dieser sozialen Kommunikationsmittel zu benutzen und zu besitzen. Worüber sprachen wir? Die Presse, der Film, der Rundfunk, das Fernsehen, das Internet, die Sozialnetze? Das ist alles im Besitz der Kirche. Das ist der Grund, weshalb wir in dieser Matrix leben. Wir leben in einer Welt, in der die ganzen Kommunikationsmittel, zu denen wir leichten Zugang haben, von römisch-katholischer Kontrolle sind. Das will darum nicht sagen, dass deswegen alles voll ist mit Bibelsprüchen und mit Lehren aus der Bibel, ganz weit gefährt. Nein, die römisch-katholische Kirche baut ja auf auf dem Gnosticismus, wie ich euch gerade gelehrt habe, aufgrund der griechischen Lehren der Philosophen von Sokrates, Aristoteles und Plato. Und die haben nichts, aber auch gar nichts, mit dem Wort Gottes zu tun. Die Kirche hat ein ursprüngliches Recht darauf, jedes dieser sozialen Kommunikationsmittel zu benutzen und zu besitzen. Soweit es für die christliche Erziehung und ihr Wirken am Heile der Seelen notwendig und nützlich ist. Jetzt sagen viele, ja, aber dem Rockefeller gehören ja so viele Zeitungen und was weiß ich nicht alles und dann hast du noch Rupert Murdoch und du hast noch diesen und du hast den. Ja gut, Rupert Murdoch von Fox zum Beispiel ist ein Malteser Ritter. Ein Malteser Ritter ist ein päpstlicher, ein katholischer Ritterorden. Wenn dem das gehört, was verbreitet er denn dann? Das, was die römisch-katholische Kirche will. Ja, zum Auftrag der Oberhirten geht es weiter in dem Text, gehört es, die Gläubigen zu lehren und zu leiten, damit sie das Heil und die Vollendung für sich und die ganze Menschheitsfamilie auch mit Hilfe dieser Mittel erstreben. Ja, wenn ich bitte schön mein Heil für meine Seele erreichen will, wenn ich meine Errettung haben will, dann muss ich zu Jesus Christus und nicht zur römisch-katholischen Kirche. Ich lasse es jetzt bei diesem kleinen Auszug von Inter Mirifica. Ich kann euch nur anraten, lest es selbst mal, aber ich werde auch noch mal eine abgesonderte Sendung nur darüber machen, sonst bin ich im Grunde schon viel zu lange weg, weil ich wollte ja Überherrscher des Bösen lesen. Wir wollen da ein bisschen weiterlesen. Aber ich denke, dass man diesen Zusammenhang zwischen dem Lernen nach der Medici-Methode, wie es bereits Martin Luther bewusst war, 1520, als er diesen Spruch geschrieben hat über die Tore der Hölle, die die Schule werden, wenn eben nicht die Gottes Gottesschrift regiert, sondern der Gnosticismus darin regiert, denke ich, ist es noch wichtig, um auf dieses Inter Mirifica eben abzugehen und dass ihr das auch ein bisschen selbst studieren könnt. Wenn alle sozialen Netzwerke, alle Medien, Rundfunk, Fernsehen, Film, Zeitschriften, Zeitungen, alles unter Kontrolle der römisch-katholischen Kirche ist, ja, dann kriegt man doch nur eine Meinung mitgeteilt und jede Medaille hat zwei Seiten. Wo ist denn die Seite von Gott? Wo ist denn die Seite der wirklichen Wahrheit vertreten in diesen Medien? Interessante Frage, ne? Aber gut, ich schließe das Kapitel 4 Medici Lernmethode hiermit ab und gehe zum nächsten Kapitel über, Kapitel 5, das heißt Appointment at Cyprus oder Verabredung auf Zypern. Dieses Kapitel ist dem Aufstieg von Ignatius von Loyola bis zur Gründung der Gesellschaft Jesu gewidmet. Nun, bevor ich da jetzt drauf eingehe, nur mal ganz kurz ne Erklärung. Die Gründung der Gesellschaft Jesu hat sich vollzogen 1534. 1529 gab es das Konzil von Speyer, wo das Wort Protestantismus zum ersten Mal gebraucht wurde. Durch den Protest von verschiedenen Adligen im deutschen Reich, die protestiert haben und gesagt haben, unser Gewissen ist auf Basis der Bibel und nicht auf Basis des Wortes des Papstes in Rom. So kam ganz kurz gesagt der Protestantismus zustande. Die römisch-katholische Kirche hatte auf einmal furchtbar viel an Macht verloren. Und um diese Macht wiederherzustellen wurden 1534 die Jesuiten gegründet, 1540 vom Papst Leo X auf jeden Fall vom Papst anerkannt 1540 und der einzige Grund, weshalb die Jesuiten gegründet wurden, war die Gegenreformation. Man hat die Reformation, wo die Leute, die aus der römisch-katholischen Kirche herauskamen, die ganzen Reformer, die wir kennen, Luther, Zwingli, Calvin, Huss, Tyndale, Wycliffe, Cranmer, Mortimer, zu viele, um sie alle mal zu nennen und wenn ich sie nicht alle nenne, dann tue ich denen Unrecht, die ich nicht genannt habe, alle diese Leute kamen aus der römisch-katholischen Kirche raus, haben durch ihre Bibelstudien gelernt, dass die römisch-katholische Kirche nicht das wahre Wort Gottes lernt und haben mit dem Gedanken angefangen, diese Kirche muss man reformieren können. Dass natürlich die Synagoge Satans, was die römisch-katholische Kirche ist, nicht zu reformieren ist, ist eine andere Sache. Dass kein Einziger der Reformatoren auch wirklich the whole nine yards den ganzen Weg gegangen ist, in seinen Lehren, ist eine andere Sache, habe ich auch ein Video darüber gemacht, können wir auch drüber nochmal sprechen. Die haben Tür und Tor offen gelassen, dass die Reformation fällt, aber sie waren eben auch selber Leute, die aus der römisch-katholischen Kirche kamen. Nichtsdestotrotz haben sie dem Volk in Europa und eigentlich der ganzen Welt mehr oder weniger damals durch die Reformation das Wort Gottes gegeben. Und auf einmal haben die Leute eingesehen, ich brauche keinen König hier in meinem Land, der als eine Puppe vom Papst besteuert wird und der Papst, der von sich behauptet, er ist der König aller Könige, er ist der Herr der Herren, ich habe so einen bereits, der ist Jesus Christus und nicht der Papst in Rom. Und der Aufstieg von Ignatius Loyola bis zur Gründung der Gesellschaft Jesu liegt an der Basis dieser Gegenreformation. Reformation, wir bringen das Wort Gottes zu den Menschen. Gegenreformation, wir bringen das Wort des Menschen zu den Menschen. Das Wort des Papstes, der von sich selbst heutzutage behauptet, Gott auf Erden zu sein. Der Papst selber sagt von sich, er ist Jesus Christus, verschleiert unter einem Mantel von Fleisch. Aber gut, ich fange mal an, ein paar Auszüge und mein Kommentar darüber zu lesen, was ich vorbereitet habe aus Herrscher des Bösen Kapitel 5. Er, also Loyola, wandte sich den Büchern Das Leben von Christus von Ludolf von Sachsing und Legenda Aurea von Jakobus Voregne zu. Es waren die einzigen beiden Bücher in der Familienbibliothek, abgesehen von einer Ausgabe der Spanischen Bibel, die seit 40 Jahren verfügbar war. Das Symbol und die Bücher erzeugten in ihm Visionen. Diese Visionen wiederum brachten ihn dazu, einen Prozess zur Vorbereitung und Prägung der Seele alle zügellosen Anhaftungen zu beseitigen und im Anschluss daran, den Willen Gottes zu suchen und zu finden. Zitat Ende zu entwickeln. Inigo, so war der ursprüngliche Name von Ignatius Loyola, nannte diesen Prozess die geistigen Übungen, im Englischen Spiritual Exercises. Da gehen wir später in diesem Buch noch weiter drauf ein und ansonsten habe ich da eine ganze Menge Sendungen über gemacht in meiner Hour of the Truth. Könnt ihr ja mal nachschauen. Nun, was war denn das Ergebnis dieser geistigen Übung? Sein, also Loyolas Bewusstsein hatte sich verändert. Die Seele und das Gehirn waren gewaschen worden und seine Freiheit der Autorität geopfert. Seine Individualität hatte sich dem Christus Roms ergeben. Ganz wichtiger Satz, dem Christus Roms, nicht dem Christus der Bibel, aber dem Christus Roms. Sein eigener Wille existierte nicht mehr. Das ist auch etwas, was später in dem Jesuiteneid zurückkommt. Keinen eigenen Willen haben. Ad Kadavre heißt das im Lateinischen, ich komme jetzt nicht auf den ganzen Satz, aber im Deutschen kennt ihr das ja. Kadava Gehorsam. Schon mal von gehört? Das hat seinen Ursprung in den geistigen Übungen von Ignatius Loyola. Kadava Gehorsam. Ich bin so gehorsam, als wäre ich ein Kadaver. Ich denke nicht selbst, ich habe keine eigenen Prinzipien, kein eigenes Gewissen. Ich bin wie ein Zombie, kann man auch sagen. Der eigene Wille existiert nicht mehr. Ignatius' eigener Wille existierte nicht mehr. Und Tapasorsi fährt fort. Er war bereit, sagt er, freiwillig jede ihm zugewiesene Aufgabe anzunehmen, egal wie widrig die Umstände auch sein mochten. Martin Luthers Meinung war, dass, soweit es Gott betrifft, Jerusalem und das Heilige Land kein bisschen mehr oder weniger interessant sind, als die Kühe in der Schweiz. Das ist ein weiterer Satz aus dem Buch von Tapasorsi, Herrscher des Bösen. Ich habe den hier eingefügt, der auch im Kapitel 5 vorkommt. Ich habe den hier eingefügt, um eben auch mal deutlich zu machen, dass das heilige Land, Jerusalem, Israel, so wie es heute heißt, dieses Stück Land im ehemaligen Palästina, im Nahen Osten heutzutage, kein bisschen mehr oder weniger interessant sind, als die Kühe in der Schweiz. Martin Lutter hat sich natürlich bezogen auf das Israel von damals, vor seiner Zeit, 1500 Jahre davor. Ich beziehe mich auf das Israel von heute. Das ist genauso der Fall. Das ist genauso heilig wie oder interessant wie die Kühe in der Schweiz. Nämlich überhaupt nicht. Warum nicht? Muss man darauf eingehen. Mache ich jetzt aber nicht. Dafür wäre das hier viel zu viel gefragt. Aber ich habe ja ein Video hochgeladen, da Tom Fress einen Auszug gelesen hat, während seiner Lesung des Buches Der globale Vatikan über was die Bedeutung Israels heute wirklich ist. Könnt ihr euch da ja mal anschauen. Nun, der Autor fährt fort, falls es an Inigo war, die Templer wieder zu erwecken, wie es sich der Imperator, also der Papst, wünschte, so war es liturgisch zwingend, dass sich sein frisch gewaschener Geist in die heilige Stadt begab, also Jerusalem, um dort in die Mysterien der heiligen Kriegsführung eingeweiht zu werden. Er, Loyola, wurde in den Kreis der Illuminati, Los Alombrados, wie die spanischen Illuminaten, die Erleuchteten damals hießen, eingeführt. Der Erleuchteten einer Gesellschaft von Gnostischen Fundamentalisten, die predigten, dass alles Materielle vollständig und für immer bösartig sei. Die Gnostiker lehrten, dass die Menschheit selbst satanischen Ursprungs sei. Ja, Gott lehrt, dass wir von ihm kommen und Lucifer lehrt, dass wir von ihm kommen. Jedem sein Gott. Mir bitte den Schöpfer Gott. Adam und Eva seien die ersten Nachkommen des Teufels und die Menschheit könne nur dann Erlösung vom Tod und von ewiger Verdammnis erfahren, wenn die Seele vom Körper befreit würde, um von reinen Licht der Frömmigkeit absorbiert zu werden. Kleine Bemerkung von mir. Dieses reine Licht geht von Lucifer aus. Und das bin nicht ich, Jörg, der das sagt. Das sagt Albert Pike in seinem monumentalen Buch über die Freimaurerei Morals and Dogma auf Seite 210, wenn ich nicht verkehrt bin. Könnt ihr gerne mal raussuchen. Findet man im Internet Auszüge von, man findet sogar das ganze Buch im Internet. Freimaurer haben, oder Freimaurer sind eine Religion, eine luziferische Religion und sie glauben an den Lichtträger, das reine Licht, das von Luzifer ausgeht. Ganz, ganz wichtig zum Verstehen. Die Menschheit könne nur dann Erlösung vom Tod und ewiger Verdammnis erfahren, wenn die Seele vom Körper befreit würde, um vom reinen Licht der Frömmigkeit absorbiert zu werden. Das reine Licht von Luzifer. Nun bei Luther lesen wir, Zitat, Menschen verschlangen das Neue Testament auch schon bevor es als gebundenes Buch vorlag. In seinen zeitgenössischen Worten sagte er, Zitat, die gedruckten Exemplare, immer noch feucht, wurden direkt von der Presse unter jemandes Mantel getragen und von Geschäft zu Geschäft weitergereicht. Ende Zitat. In einem weiteren und letzten Absatz, den ich aus dem Kapitel 5 des Buches Herrscher des Bösen vorlesen müsse, fährt der Autor fort, Es ist möglich, dass Commander Diego Manes auf einem von Jerusalem befehligten Schiff mit dem Namen Negrona Igino die Litaneien, Listen, Geheimcodes, Formeln, die Kabbalah und andere transportable Vermögenswerte der Tempelritter überreichte. Wenn das tatsächlich so geschah, dann war die Infrastruktur des Geheimwissens der westlichen Welt nun in Loyolas Händen, um das Projekt Lernen gegen das Lernen durch Verbreitung und Manipulation voranzutreiben. Das ist meine Hypothese. Was nicht mehr als Hypothese oder Annahme bezeichnet werden muss, ist der Umstand, dass der Pilger, also Loyola, von dem Moment seiner Rückkehr aus Jerusalem, das sogenannte Medici Medici Learning, also die Medici Lehrmethode zu seiner Aufgabe machte. Ende Zitat. So, habe ich Kapitel 4 und 5 gelesen und dann gehe ich auch eben noch das Kapitel 6 lesen zum Abschluss und dann haben wir ja schon in total sechs Kapitel in Deutsch von Herrscher des Bösen mal erwähnt. Kapitel 6 heißt Der Epitome of Christian Values oder mit anderen Worten der Inbegriff christlicher Werte und immer dabei im Auge behalten, was die wirklichen christlichen Werte sind. Als Papst Honorius der Zweite im Jahr 1130 starb, führte Eimerick eine Minderheit von Kardinälen in eine andere Konvenenz, was zu der Wahl vom Papst Innocenz dem Zweiten führte, der in Eimericks Ehrenkirche Santa Maria Nuova zum Papst geweiht wurde. Im Jahr 1139 erliebst Papst Innocenz der Zweite eine päpstliche Bulle. Das ist das stärkste schriftliche Papier, das ein Papst veröffentlichen kann, wo er seine Meinung kundtut. Ein Erlass ist das. Das ist ein Gesetz. Eine Bulle geht auch automatisch über in das römisch-katholische kanonische Gesetz. Also in 1139 erließ Papst Innocenz der Zweite eine päpstliche Bulle, die alle Templer zu einem exklusiven Treuespur und Gehorsam gegenüber dem Papst zwang. Eine Maßnahme, durch die Eimerick höchst effektiv alle Reichtümer der Templer dem Papsttum einverleibte. Im Laufe eines weiteren Jahrzehnts wurde den Tempelrittern durch Papst Eugen den Dritten das exklusive Recht eingeräumt, das Rosenkreuz auf ihren Waffenrücken zu tragen. Als sich die Liste ihrer Besitztümer durch Geschenke aus Italien, Österreich, Deutschland, Ungarn und auch dem Heiligen Land, also Jerusalem in diesem Fall hier, verlängerte, bauten diese Hunderte von großartigen Schlössern aus Stein. Ja, wir leben alle in Europa und haben diese Schlösser schon mehr oder weniger alle mal gesehen. Wohlhabende Reisende logierten in diesen Schlössern, weil sie besonders sicher waren. Überzeugt davon, ganz wichtig, dass sie eine neue Welt aufbauen würden, New World Order, nannten sich die Templer gegenseitig Frères Marçons, das ist Französisch und steht für Maurer Bruder. Später wurde dieser Begriff ins Englische übertragen und zu dem Begriff Freemason 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 zu Deutsch Freimaurer. Die Templer erfanden das moderne Bankensystem, in dem sie eine orientalische Erfindung in ihre Handelsbeziehungen einführten. Diese orientalische Erfindung ging von dem chinesischen Kaiser Cao Zung aus, der die Papierwährung einführte. Das könnt ihr nachlesen auf Seite 37 in dem Buch. Da gehe ich jetzt auch gar nicht weiter drauf ein. Aber das ist auch der Grund, weshalb sich bis heute alle Banken unter der Kontrolle päpstlicher Ritter Ritter befinden. Ja, ihr glaubt für großen Teil von Banken, ach, das sind die Juden, das sind die Rothschilds, ja, was die Rothschilds tatsächlich sind, was sie und ihr Bankensystem tatsächlich sind, das will ich jetzt hier nicht vorweg nehmen, ich das kommt in einem späteren Kapitel, ich werde euch jetzt auch nicht sagen welches, ich kann euch nur sagen, euch werden die Ohren übergehen und ihr müsst mir nicht glauben, ihr müsst Tapas Sorsi nicht glauben, ihr könnt es selbst nachlesen. Ich sage nur Enzyklopädica Judaica, die jüdische Enzyklopädie, mehr sage ich da jetzt nicht zu, aber das wird ein sehr sehr spannender Teil, wenn ich euch das vorlese und den Beweis hinlege. Bis heute befinden sich alle Banken, alle ausnahmslos unter der Kontrolle päpstlicher Ritter. Welche sind diese? Zum Beispiel die Ritter von Malta, Malteser Ritter. Wie mächtig waren nun diese Tempelritter damals? Könige tanzten nach ihrer Pfeife. Als Henry III. von England damit drohte, bestimmte Besitztümer des Ordens zu konfiszieren, wurde er zurechtgewiesen von dem Meistertempler aus der City of London. Die City of London, wer das nicht kennt, da geht es nicht um die Großstadt London, da geht es um diese kleine Square Mile, eine der drei Städte, die die Welt so gesagt regieren, der Vatikan spirituell, City of London finanziell und Washington DC militärisch. Habt ihr sicher alle schon mal gehört? Können wir gerne ein anderes Mal tiefer drauf eingehen. Aber der Meistertempler aus der City of London sagte, und ich zitiere erst das Englische und übersetze es danach ins Deutsche, zu König Henry dem Dritten von England als er meinte den Templern etwas wegnehmen zu können Zitat Was sagst du König? Solange wie du Gerechtigkeit gewalten lässt, wirst du herrschen. Wenn du aber dagegen verstößt, dann wirst du die längste Zeit König gewesen sein. Die Interpretation, was hier mit Gerechtigkeit gemeint ist, hat nichts mit dem allgemein verständlichen Begriff, wie wir ihn verstehen, zu tun. Wie kann das? Das werden wir noch später sehen, wenn wir das Thema geistige Vorbehalte erklären. Aber ich kann nicht umhin nochmal eben auf diese Aussprache des Meistertemplers der City auf London zurück zu gehen. Wenn du aber dagegen verstößt, dann wirst du die längste Zeit König gewesen sein. Hat schon mal jemand von John F. Kennedy gehört? Hat schon mal jemand gehört von Taylor? Hat schon mal jemand gehört von Abraham Lincoln? In total wurden in den Vereinigten Staaten von Amerika fünf oder sechs Präsidenten mindestens von den Jesuiten ermordet. Alle, die ich gerade aufgezählt habe und noch ein paar mehr. Wenn du gegen uns verstößt, gegen die katholischen Ritterorden, gegen den Katholizismus, gegen den Papst, dann wirst du die längste Zeit König gewesen sein. Und dann wirst du eben abgeschafft. Dann wirst du ausradiert. Und jeder, das kann ich euch versprechen, der heutzutage im Senat der Vereinigten Staaten sitzt, der weiß ganz genau, wer und warum Kennedy ermord hat und wurde. Das war ein Zeichen, das gesetzt wurde. Und deswegen sind alle amerikanischen Präsidenten nichts weiter als Puppen an den Fäden des Puppenziehers hinter der Bühne. Auch da können wir gerne später nochmal drauf eingehen. Wie gesagt, wenn wir das Thema geistige Vorbehalte erklären, gehen wir weiter. Aber dann, aber dann, in 1302 wagte es König Philipp IV von Frankreich, also jetzt nicht der König von England, Henry III, nein, König der Philipp IV von Frankreich, wagte es ihre, der Tempelritter Souveränität auf seinem eigenen Boden in Frage zu stellen. Ich bin doch der König. Er erklärte, Philipp IV, dass in Frankreich jeder, auch Tempelritter, ein Untertan des Königs war. Nun, Papst Bonifatius VIII hatte da ein großes Problem mit. Er schritt ein und erklärte seinerseits, dass Frankreich, der König, die Templer, sie alle und auch jeder andere dem Pontifex Maximus gehörten. Zitat, es ist absolut notwendig für die Erlösung eines jeden menschlichen Wesens ein Untertan des römischen Pontiffs zu sein. Zitat Ende. So, meine lieben Zweifler, geht zu jeder vatikanischen Webseite, wo ihr wollt. Gebt in Google das Stichwort ein. Man kann es nachlesen, überall, in originalen Dokumenten, in PDFs, in Büchern. Die päpstliche Bulle, Unam Sanktam, ist frei im Internet und auf katholischen Seiten verfügbar. Und da ist dieser Auszug draus. Und der Papst hat das gesagt in 1307, meine ich, oder was, 1302, da war es ja der König, mit den Daten bin ich, pflege ich manchmal ein bisschen durcheinander, spielt auch gar keine Rolle. In der päpstlichen Bulle Unam Sanktam, sagt der Papst, und was der Papst damals gesagt hat, das gilt heute auch noch, es ist absolut notwendig für die Erlösung eines jeden menschlichen Wesens, ein Untertan des römischen Papstes zu sein, des römischen Pontiffs zu sein, des Pontifex Maximus, des großen Brückenbauers. Papst Franziskus baut viele Brücken, die Globalisierung ist eine einzige große Brücke. Tapasorci fährt fort in dem Kapitel, eine geschickte Vorkehrung in Vox Clamantis, das ist eine Bulle, durch welche die Tempelritter gebannt worden waren, kann man auch im Internet raussuchen, übertrug die meisten Besitztümer der Templer an die Knights of Saint John of Jerusalem, also den Ritterorden des heiligen Johannes von Jerusalem, die nach König Philipps Tod dessen Besitztümer übernahm. In Deutschland und Österreich wurden die Templer zu den Rosenkreuzern und teutonischen Rittern. Wo haben die also ihren Ursprung? In den Tempelrittern. Die teutonischen Ritter wurden einflussreich in Mainz, dem Geburtsort von Gutenbergs Buchpresse. Sechs Jahrhunderte später unter dem Namen teutonischer Orden sollten diese Ritter den Kern der politischen Unterstützung von Adolf Hitler in München und Wien bilden. Nebenbei bemerkt, der heilige Johannes aus der Bibel, Johannes der Täufer, ist in Kreisen der römisch-katholischen Kirche und den Jesuiten eine Personifizierung des Teufels selber. Wenn die römisch-katholische Kirche und die Jesuiten über den heiligen Johannes sprechen, dann assoziieren sie ihn mit dem Teufel persönlich und hat nichts zu tun mit Johannes dem Täufer, der für Jesus Christus den Weg im Geiste Elias bereitet hat. Das nächste wird Kapitel 7. Ich finde es beinahe schade jetzt aufhören zu müssen, aber ich spreche schon fast eine Stunde, aber das Kapitel 7 ist so mächtig, so interessant, der Fingerzeig Gottes, dass ich es nicht dieser anderen Lesung vorweg nehmen möchte. Ich möchte, dass ihr euch freut auf den nächsten Teil ausschaut danach und in der Zwischen Zeit so viel Studien selbst wie möglich tut. Ihr müsst mir nicht glauben, ihr müsst dem Autor nicht glauben, ihr müsst dem glauben, was ihr selbst erforscht. Die Wahrheit, die ich für mich selbst rausfinde, ist die Wahrheit, die für mich zählt. Meine Wahrheit ist das Wort Gottes. Die 1611 König James Bibel im Englischen. Das ist die Wahrheit und von der Wahrheit leite ich all die anderen Wahrheiten ab. Und in der Bibel stehen viele Dinge geschrieben, über die ich hier heute gesprochen habe und in der ich in der Zukunft in diesem Buch Herrscher des Bösen auch sprechen werde. Die Bibel ist mein Fundament. Das Wort Gottes ist mein Fundament. Ich hoffe, es ist auch eures. Dann seht ihr, dass dieses Leben nicht so wichtig ist, wie man uns immer erzählt. Und schon gar nicht, dass wir es so richtig leben, wie sie uns immer weismachen wollen, sondern dass wir alle Sünder sind, wie es in der Bibel geschrieben steht. Jeder hat gesündigt und kommt zu kurz vor Gott. Um mit Gott ins Reine zu kommen, müssen wir seine Lehre kennen. Wenn wir seine Lehre nicht kennen, wenn wir Gottes Wort nicht kennen, dann sind wir verloren. Wollt ihr wirklich nur die paar Jahre hier auf der Erde verbringen oder wollt ihr lieber ewiges Leben haben. Also ich wähle das Leben. Ich wähle Jesus Christus. Und ich danke Tapasorsi dafür, dass sie dieses Buch geschrieben hat, um Menschen die Augen zu öffnen, in welcher Gesellschaft wir wirklich leben und wo sie herkommt. Das kommt in den nächsten Kapiteln so deutlich raus. Es ist so ein prächtiges Buch zu lesen und zu verstehen, dass ich nur hoffe, dass ihr genauso auf der Spitze eures Stuhles sitzt, um dieses Buch zu verfolgen, wie ich das tue. Es macht mir tierisch Spaß, das auch mal in Deutsch zu machen, nachdem ich es in Englisch bereits komplett gelesen und besprochen habe. so das war Kapitel 4, 5 und 6 bis zum nächsten Mal. Jogler 66 Jörg meldet sich ab und ich wünsche euch weiterhin einen guten Tag. Gott beschütze euch und Gott behüte euch auf seinem Weg, dem einzig wahren Weg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.